Ich habe mich vor uns handelt und ich habe mir gedacht, äh, müssen wir alles sehen. Aber ich habe gesehen, ey, Mensch, wenigstens von Zeit. Es ist ja wirklich relativ wenig. In Banken habe ich da auch ein bisschen lauter, wo Leute vor sich ist. Und da habe ich mich für meinen Vorbilder anschließend. Die Zeitbildung ist wichtig, weil Nancy Faeser in die Hand gesagt, ja, ihr sollt doch, das muss recht wahrnehmen, doch haben wir bitte nicht alle am selben Tag. Und wenn sie das sagen, dann, was die Polizeikräfte binden, das kommt das System, sag ich mal, richtig doll an. Obwohl sie in Halle sagen, ja, nein, wir müssen uns machen, wir müssen uns probieren, das ist eben noch nicht an dem Markt. Und deswegen müssen wir jetzt auch ein Wunderschaften aus, das sind alle aus Berlin angekommen und stiegen. Sie sagten auch vorher, was hier begonnen wird, was hier begonnen wird, ist woanders fehlt. um dort Kräfte auf die Lande zu schlagen. Das würde schon so weit deutschlandweit, dass Hessen schon gesagt haben, dass wir gesagt haben, wir können es nicht mehr leichter, die Presse an andere Bundesländer zu verbieten. Ich meine, das kommt irgendwann aus dem Mitland oder da sagt man auch schon Söldner, von Metern, von 13 Jahren, und man kann nicht gebrauchen. Und genau das sollte sich diesen Polizisten auch fragen, wer ist hier an anderer Seite? Wer übt Straftaten aus, was ja leider auch nicht die Regel ist, aber auch nur vor Ort vorkommt. Und dann appelliere ich an die Reponstrationspflicht der Polizisten, wenn sie sehen, dass zum Beispiel Ausnahmefall auf Pfefferstelle in Kinderwagen gespürt wird, dann muss ich sagen, nein, hier mache ich nicht mehr mit, dafür haben wir nicht keinen Eingang gesprungen. Sie werden euch versuchen zu spalten, sie werden euch versuchen, Angst zu machen, sie werden euch versuchen, eine toxische Person in Verbindung zu bringen. Ich erwarte das von jemandem, dass er alles, was ich schon immer sage oder irgendwann mal gesagt habe, gut findet, das kann es überhaupt nicht geben, dafür sind wir alle viel zu sehr Individualisten. Uns meint die Angst um unsere Zukunft. Und das ist es, weswegen wir hier stehen, weswegen wir alle Generationen hier stehen und auch nicht weich sind, auch wenn sie diese Restriktionen und die Impfpflicht eventuell auch weichen sollten. Und das tun sie ja, hat der Doktor ja gesagt mit vielen, dass ihr mit nach außen geht um den Couch. Und ich habe für jeden von euch das nicht zu tun. Geht nicht wieder so mit den Abenden. Also, hier steht, hier steht, hier, und hier stehen auch die Impfner. Ich habe ein Beständnis für jeden geimpft. Jetzt sind uns zwei, hat Impfplast und Angst in den Arbeitsklassen von mir. Diese Angst ist es, was unsere Gegner sehr nach Leben verhält. Und diese Angst gilt uns zu verlieren. Ich habe gesagt, ich mache mich lange, weil ich ganz speziell, auch sehlich in der Hand und mitmachen möchte, wenn ich spazieren möchte. Heinrich Offenberg und Pfarrers neben mir in den Roland, der einzige Aschleisten von 24 Roland-Staaten ist, der auf einem Pferd sitzt, das Schmerzen erhoben, selbst in der Macht sind nicht alle in Roland. Heinrich Offenberg und Pfarrers neben mir in 1851, dass wir nicht die deutsche Bezweiflung gereibt, das möchte ich euch in Halle aufgenommen haben und den Grund geben und zum Schluss vortragen. Es gilt heute genau wie damals in Angst. Und wirklich steht, der Freie, wurde nie eine Fette gesprengt. Ihr müsst ihr schon hergehen, die Feier wird nicht geschehen, aber es sind die glücklichen Sklagen. Der Freie als größter Feind, doch sollt ihr Unkolle haben und spüren. Jedes Leid, nicht A, nicht Mord, nicht Quack, nicht Kerker, nicht Schattenrichtung, denn alles ist auch noch stärker. Soll es eine Wirkung sein. Ihr sollt euch ein bisschen leben, so fröhlich sein verhasst, dass ihr es Gott heute geben wie eine schwere Last. Erst dann, vielleicht erwacht noch, ist euch ein neuer Geist, ein Geist, der übernacht noch euch hinten zur Freiheit geist. Viel Spaß beim Krasikker, der Schraubhaus in Ruhe. icious. Not in R earthen. Norbert glänter. Dave i mei mir ja! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020